In einem freien Land zu leben ist nicht selbstverständlich. Seine Meinung zu sagen, zu leben mit wem und wo man will, einem Beruf nachzugehen. In Deutschland gibt es seit Jahren Rechtsradikale, die immer stärker werden, die versuchen, unsere Freiheit zu zerstören. In den Parlamenten, aber auch auf offener Straße. Und unsere Aufgabe wird es sein, dagegen zu halten, mit Mut, Courage und mit einer klaren Haltung. Das ist die Aufgabe der freien Demokraten. Denn Freiheit braucht Verbündete. Das ist die Aufgabe der freien Demokraten.